Warum zeigt ihr mir Rocket League nicht an? Das weiß ich nicht. Da habe ich vorhin schon Schwierigkeiten gehabt. Sagen wir mal gucken, wenn ich aufmache. Hat das dann? Ne, jetzt zeigt es mein OBS nicht an. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt sage ich es mir nicht an. Keine Ahnung warum. Ich habe da beliebige Vollbildanwendungen. Ist doch okay. Aber jetzt sage ich mir Rocket League nicht an. Warum nicht? Das Theater hatte ich vorhin schon, wie ich mit mir streamen wollte. Hm. Ich kein Bild. Das habe ich doch. Jetzt zeige ich mir kein Bild. Er zeigt mir kein Bild. 6, was soll ich jetzt machen? Ja, was hast du denn für eine Bildqualle? Zeig mir das einmal auf Discord. Ja, warte. Hä? Ich muss eine Bildschirmübertragung machen. Wieso kann ich keine Bildschirmübertragung machen? Ja, da hat er das Spiel, aber... Wieso kann ich die Bildqualle nicht ändern? Ja, du hast doch unten die drei Knöpfe, oder die Kamera, die Bildschirmübertragung und die Rakete. Darf ich auch nicht? Ja, warte. Ja, vielleicht musst du das ein wenig verschieben, also nach oben oder unten schieben, die Bildqualle. Er zeigt mir ja noch nicht mal die Quelle an. Ich gehe mal auf Transformation, warte mal. Wo war denn das? Jetzt transformieren, kopieren. Ach nein, ich habe sie ganz unten, die Bildquelle, genau. Horizontal, auf Bildschirm strecken, Bildschirm anpassen. Macht er ja nicht. Ich schmeiß sie nochmal raus, warte. Ja, ich übertrage heute meinen ganzen Monitor. Ja, mache ich ja eigentlich auch so. Spieleraufnahme. Spieleraufnahme, okay. So. Beliebige Vollbildanwendungen erfassen, okay. So, dann gehe ich auf Spieleraufnahme. Die muss jetzt nach ganz unten. Ja, nee, ich muss die Vollbildprojektor, warte. Wo habe ich denn Transformationen da? Auf Bildschirm anpassen. So. Dann muss sie ganz nach unten. Habe ich, so. Aber er erfasst Rocket League nicht. Hm. Mach mal Rocket League an. Ja, habe ich. Schau mal in deinem Stream. Nee, noch nix. Ja, deswegen, ja. Ja, ich habe statt Rocket League, also ich mache halt einfach den kompletten Monitor. Ja, habe ich ja auch. Ich habe ja nicht Bildschirmerfassung. So. Vielen Dank.